Und hier ist sie wieder, die 10 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10 Euro Überraschungsshow bei Pearl TV. Hallo, herzlich willkommen zu den 10 Euro Überraschungsshow. Ja, und Sie sind dabei, live dabei, bei der wahrscheinlich größten Schläppchenjagd im deutschen Teleshopping. Denn alle Produkte, die in der nächsten halben Stunde hier auf uns zukommen, kosten gerade mal für Sie auf diesen Preis reduziert 10 Euro. Wir wissen alle nicht, außer Diana, was auf uns zukommt. Wir lassen uns aber gemeinsam mit Ihnen überraschen und legen los. Und eine wichtige goldene Regel müssen wir natürlich noch sagen. Wenn Ihnen ein Produkt gefällt und wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5 Mal bestellen. Und es geht los mit? Bitte, Inga. Mit einem elektrischen Sicherheitsdosenöffner. Wow. Den haben wir sehr selten hier in der 10 Euro Show. Ich weiß nicht. Diesen Produkt sieht ein bisschen aus wie ein Spielzeug, macht aber Ihre Dosen auf und zwar sehr, sehr sicher. Den setzen Sie einfach oben drauf, drücken den Knopf und dann fährt er einmal um die Dose rum. Und der Clou ist, dass der die Dose nicht von innen ausschneidet, wie ein normaler Dosenöffner, sondern von außen. Das ist sehr sauber und gibt Ihnen dann einen wiederverschließbaren Deckel. Und vor allem, du hast keinerlei scharfe Kanten. Ich bin übrigens dazu übergegangen, ich habe ja Katzenfutter, die Dosen, und die haben immer so eine Lasche. Aber ich brauche immer nur eine halbe Dose. Und ich drehe sie jetzt um und mache die Rückseite mit diesem Dosenöffner auf, dann sind sie auch wiederverschließbar. Das ist auch geruchtechnisch sehr, sehr clever, aber auch alle anderen Dosen. Was ich hier ganz schön finde, du musst ihn nicht mal festhalten. Du setzt ihn auf, schaltest ihn ein, machst die Hände weg und er hört auf, wenn der Deckel eben offen ist. Das ist für mich der perfekte Dosenöffner. Ja, vor allem, du hast es gerade gesagt, es gibt ja auch diese Dosen mit den Laschen, mit so Fischdosen. Wenn du die so aufziehst mit Tomatensauce, dann geht es ab am Rand und man ist voll und überbekleckert mit diesem Tomatensauce. Das ist fantastisch, mit diesen Dosenöffner auch aufzumachen. Der macht einfach die Dosen fantastisch auf, ohne dass man sich schneidet und es ist wieder verschließbar. Ja, und dass wir den jetzt in der 10-Euro-Überraschungsshow haben, überrascht mich jetzt wirklich, weil wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 25 Euro. Und vor allem, das ist einer unserer Bestseller im regulären Programm. Jetzt für Sie die einmalige Chance, so einen Flaschenöffner sage ich schon, Dosenöffner eben nach Hause zu holen. Und ich glaube, jeder, der mal Konservendosen aufgemacht hat, hat sich schon mindestens einmal in die Finger geschnitten, weil du immer scharfe Kanten hast. Hier sind keine scharfe Kanten, da kann man mit der Zunge dran, so sanft sind die aufgeschnitten und vor allem alle Dosen werden wieder verschließbar. Das ist gerade bei Hundekatzenfutter ganz wichtig, weil das hat ja eine Eigendynamik an Geruch, diese entwickelt, wenn man es stehen lässt und das kann man eben vermeiden. Ja, Riesendosen dafür. Diana, der ist toll. Ja, sieht sehr witzig und süß aus, muss ich sagen. Und natürlich so viele Dosen, sie haben kein Heck, ja, wie heißt die? Keine Kante. Ja, genau. Und das ist sehr, sehr praktisch. Also ich bin ein Lover von diesem Dosenöffner. Das ist unser elektrischer Sicherheitsdosenöffner mit Wiederverschließ, zum wiederverschließbaren Öffnung hat die Bestellnummer NC 2930569. Die Bestellnummer ist die 2930569. Hier sieht man es nochmal, wie der von außen direkt unter der Kante langfährt. Und gleich nehmen wir den Deckel ab und dann sehen wir, dass das wiederverschließbar ist. Die Bestellnummer ist die NC 2930569. Können Sie auch gerne mehrfach bestellen, ist kein Preisalarm, ne? Nein, bis zu fünfmal. Und was ich schön finde, da sieht man es nochmal deutlich, du musst nicht mal führen, der macht alles automatisch. Und der Deckel hält dann auch unten am Magneten, das heißt, den hat man dann sofort auch griffbereit. Für mich der beste Dosenöffner, wenn Sie sagen, für Dosenöffnerschwerben, probieren Sie es aus. Sie werden es auch machen. Komm, wir passern, machen weiter. Also wir fangen schon mit einem, oder haben schon mit einem tollen Produkt angefangen. Und ich bin mir sicher, es geht auch toll weiter. Diana, was kommt jetzt? Was tolles. Was tolles, das habe ich mir gedacht. Es kommt ein, also auf jeden Fall ein Zweierset, was da jetzt rauskommt. Und hier steht moderne Solar-LED-Wegleuchten mit Dämmerungssensor. Und das können wir jetzt wirklich bestätigen. Das sieht sehr, sehr modern aus. Sehr modern mit diesem Vierkant-Design. Da ist auch noch ein Spieß, ein Erdspieß unten dran, wo man da eben den auch direkt in die Erde stecken kann. Und hier gibt es jetzt zwei Stück für 10,02 Euro, ne? Ja, richtig. Ein Zweierset. Das ist also enorm. Und Sie sehen ja super aus. Übrigens der Solarpanel oben, das heißt keinerlei Stromversorgung. Und gleichzeitig Dämmerungssensor. Das heißt, Sie brauchen auch nicht dran denken, den ein- oder auszuschalten. Und wir sehen gerade hier, wie unser Licht da mehr ausgeht, weil wir das Licht im Studio ausgemacht haben. Aber das ist natürlich eine schöne Wegbeleuchtung. Da sehen wir es natürlich auch. Und mit dem Erdspieß, also einfach links und rechts vom Weg, von der Treppe oder so anbringen. Und dann hat man überhaupt keine Installation. Aber wunderschönes Bild. Das ist auch so schönes, helles Licht, was also auch wirklich den ganzen Weg dann ausleuchtet, weil es halt auch rundherum leuchtet. Und sehr angenehmes Licht, um eben nachts zu gehen, wenn man mal einen dunklen Weg hat oder im Garten mal nach hinten zum Gartenhaus oder irgendwie sich da bewegen muss. Im Dunkeln ist das eben sicher. Und man braucht keine Kabel zu verlegen. Es ist ja dieses Solarlicht, was dann die ganze Nacht, oder wie das dann ein paar Stunden leuchtet, bei Dämmerungseinbruch. Also fantastisch, weil man eben keine Batterien, kein Kabel, kein Garten. Im Sommer kann man wirklich sagen, die ganze Nacht, weil wir haben hier bis zu acht Stunden Leuchtdauer. Die Nacht im Sommer ist gar nicht so lang. Aber auch im Winter dann eine lange Brenndauer. Was ich hier toll finde, ist, dass man wirklich 0,00 Folgekosten hat. Du kaufst das einmal, stellst es hin, musst dich nicht um Strom, um Schalter oder um Kabel kümmern, sondern du weißt dann, wenn du das willst, sorgt das Tageslicht zum Auffüllen der Akkus. Und sobald die Dunkelheit kommt, sorgen die Dämmerungssensoren dafür, dass ihre Wege oder ihre Kanten oder ihre Treppen, wo immer sie es aufstellen, beleuchtet sind. Die Bestellnummer fürs Zweierset für 10 Euro ist die NX 9502 und die 569. Und ich denke, das ist wirklich sehr, sehr modern und sieht in jedem Garten gut aus. Und denken Sie bitte daran, auch hier dürfen Sie bis zu fünfmal das Zweierset bestellen. Also bis zu zehn dieser Wegeleuchten können Sie hier eignen, denn je nachdem, wie lang Ihr Weg ist, so alle ein, zwei Meter, eine links, eine rechts, sieht mit Sicherheit toll aus, oder? Ja, ich finde das Design eben, finde ich sehr, sehr elegant und modern. Das sieht nicht aus wie so eine normale Wegeleuchte, die sieht richtig elegant aus. Tolles Produkt. Oh, ein großes Lilanes-Paket. Also wenn Diana schon mal sagt, sie ist überrascht, dass es 10 Euro kostet, dann sehen. Ich habe das schon gesehen. Oh, wow. Das ist cool. Jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Ich sehe es schon. Das ist cool. Ich bin echt überrascht. Es ist unser Schraubendreher. Regulär, ich meine aus den regulären Sendungen, ich meine 19 Euro. 19,25 Euro, irgend so was war das? Irgend so was. Jetzt für 10 Euro. Wow. Und das zumindest als Grundausstattung für jeden Haushalt. Unbedingt notwendig. Ja, das ist ein 50-teiliges Schraubendreher und Bit-Set. Damit haben Sie für jede Schraube den richtigen Schraubenzieher. Ihnen wird keine Schraube begegnen, die Sie damit nicht rausschrauben können. Da haben Sie also einmal oben diese Kreuzschlitze und Torxschraubenzieher plus diese ganzen Bit-Sets da. Das sind die ganzen Bits da drin, wofür Sie natürlich auch noch einen Bit-Halter bekommen. Ich lese mal vor, was hier mitkommt. Sieben Schlitzschraubendreher, sechs Kreuzschraubendreher, drei Torxschraubendreher, ein Bit-Halter, 32 Bits. Und zwar vier Schlitz, vier Vierkant, acht Torx, vier für Kreuzschlitz, vier für Positrive Drive und acht für Sechskant. Da ist wirklich an alles gedacht. Und wenn man heute einen guten Schraubenzieher kauft, der kostet ja auch schon drei, vier Euro. Hier haben wir 60 Teile. Damit muss man dann nicht mehr zum Nachbarn rennen, wenn man irgendwas komisches schrauben muss. Du weißt, wir hatten doch einmal so ein Spielzeug, da musste das Batteriefach mit einer Torxschraube. Ja genau, also heutzutage brauchst du eben in allen Größen. Aber du hast noch einen wichtigen Punkt vergessen. Und das kostet allein normalerweise mindestens fünf, eher zehn Euro ein Magnetisierer bzw. Entmagnetisierer. Das ist das Grüne in der Mitte. Und gerade wer auch in Elektrotechnik oder bei Uhren erschrauben will, der muss die Schraubendreher entmagnetisieren. An anderer Stelle ist es wieder von Vorteil, dass sie magnetisch sind. Aber da unten das Grüne. Also ich behaupte allein, so ein Magnetisierer, Entmagnetisierer kostet normalerweise schon, ja jetzt hat Diana gerade rausgenommen, aber Sie haben es gesehen, kostet normalerweise schon zwischen fünf und zehn Euro. Jetzt haben wir hier ein 50-teiliges Set. Da ist das einfach schon mit dabei. Ja, und das kommt in diesen tollen Ständer, den man natürlich auch an die Wand schrauben kann. Alles dabei. Wir gucken mal bei pearl.de. Ja, du hattest recht. 17 Euro, also fast 18 Euro. Und heute für zehn Euro können Sie auch gerne mehrfach bestellen. Der 18 Euro ist schon ein toller Preis. Jetzt für zehn Euro unser 50-teiliges Schraubendreher und Bit-Set mit Wandhalterung NX3967569. Endlich mal alles beisammen, kann ich nur sagen. Da ist eben jede Schraube dabei, jeder Schraubendreher, den man braucht. NX3967569. Und das alles so ordentlich, nicht in einer Schubladung mit tausend Schrauben zählen. Tolles Produkt. Alles griffbereit und ja, Sie sehen Christen als ganz, ganz eilig. Also keine Zeitverzögerung und Sie bitte auch nicht verzögern. Wenn Ihnen was gefällt, gehen Sie ans Telefon, rufen an, bevor jemand anders Ihnen die ganzen Schnäppchen wegschnappt. Wegschnappt. Wir machen weiter mit. Oh, das ist natürlich auch interessant. Passt jetzt eigentlich auch zum Schraubendreher-Set. Und das ist für, jetzt drücken wir auf, das ist eine Stirnlampe-Lupe. Und sowas sieht man eigentlich bei Profis. Goldschmieden, Chirurgen, Handschirurgen oder auch bei Zahnärzten manchmal. Die haben auch sowas ähnliches auf dem Kopf. Einmal Beleuchtung. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit auch in verschiedenen Stärken zu vergrößern. Von 1,2-facher Vergrößerung bis insgesamt zu 8,75-facher Vergrößerung. Und das ist bei kleinen, feinmechanischen Arbeiten oder bei Lötarbeiten natürlich eine Mordserleichterung, weil du eben alles plötzlich viel, viel größer siehst. Ja, es ist also, man braucht nichts, keine Lupe vorzuhalten. Das ist alles hier fest eingebaut. Man hat eine Lampe. Da kann man eben dann mal kleine Sachen ganz fein machen. Man hat beide Hände frei dazu. Oder auch mal zum Lesen, wenn man Schwierigkeiten hat mit kleinen Buchstaben. Ist das eine tolle Sache. Und eben mit der Lampe. Jetzt, deinst du es an? Ja. Und es ist eben ein Bestseller aus, auch wieder aus unserem aktuellen Programm. Und ich weiß nicht, warum wir das jetzt in die 10 Euro Überraschung schon nehmen. Aber sie profitieren ja davon. Und dann greifen sie gleich zu. Ob das die Damen sind, Fingernägel machen oder Näharbeiten. Ob das die Herren sind, Uhren machen, Elektrotechnik. Ich habe meinen Nagel verloren. Ja, und jetzt siehst du es aber ganz klar, oder? Ja. Machst du die selber oder lässt du die machen? Ich liebe das machen selber. Heute Abend mache ich vielleicht nicht nutze. Aber wenn du es selber machst, dann brauchst du ja auch einfach eine Lupe, dass du es besser siehst. Natürlich, weil du kannst diese Kutikule, alles muss raus. Und natürlich ist das besser, wenn du etwas Großes hast wie diese Lupe zum Beispiel. Also Stirnlampe, Stirnlupe, 1,2 bis insgesamt 8,75-fache Vergrößerung. Hier sehen wir auch mal Feinmechaniker arbeiten, Lötarbeiten, Fingernägel, Näharbeiten. Ich glaube, sowas kann man überall gebrauchen. Und da sage ich immer, was für die Profis richtig ist, kann für uns Amateure nicht falsch sein. Und Profis arbeiten mit solchem Equipment. Die Bestellnummer für diese Stirnlampe-Lupe. Das ist die PE 1553 und die 569. Hier machen sie ein Megaschnäppchen. Das ist ein Bestseller aus unserem regulären Programm und kostet dort wesentlich mehr. Aber braucht sie nicht zu interessieren. Für Sie jetzt und hier gerade mal 10 Euro. Das sind wieder so absolute Highlights in der 10-Euro-Überraschungsshow. Also ich bin da, muss ich auch sagen, wirklich ein Fan. Gerade wenn man Uhren gerne macht oder selber repariert. Vielleicht haben sie ja auch unser Uhrmacher-Set schon mal gekauft. Dann ist das natürlich perfekt. Und wir machen weiter. Preis-Alarm. Du, ein Preis-Alarm. Das heißt, jetzt gibt es wieder einen Hammer, irgendeinen Hammer, der eigentlich gar nicht hier reingehört. Der aber für Sie trotzdem auf 10 Euro reduziert ist. Aber bitte hier eine Eingrenzung berücksichtigen. Hier heißt es jetzt maximal ein Stück pro Besteller. Und das ist, das ist... Das ist ein heavy-duty-Bag. Das ist eine sehr, sehr robuste Tasche, sagt Christen. Sehr, sehr schön. Es ist ein Kühlrucksack. Das heißt, da kann man Sachen kühl halten drin, wenn man sie im Supermarkt kauft oder im Auto oder wo auch immer. Und das ist das aus LKW-Planen gemacht. Das ist ja sehr hip im Moment, dieses Material wiederzuverwenden von diesen LKW-Planen. Und die ist wirklich sehr, sehr hübsch. Ja, und das Wichtige ist ja die Robustheit. LKW-Planen ist ja jetzt nicht, dass man irgendwas recycelt, sondern das zeigt, wie stark diese Plane ist. Man weiß, was die teilweise auf LKW aushalten müssen. Und die sind hier jetzt natürlich verwendet. Das heißt, also für mich eigentlich unkaputtbar. Aber diese Thermoisolierung innen finde ich noch klasse. Wenn man eben auf Wanderschaft geht oder auch einkaufen, macht man ja auch gerne mit dem Rucksack. Ja. Dann bleibt eben gekühlte Sachen oder kühl, beziehungsweise die Kühlkette wird eben nicht unterbrochen. Und das eben als schicken Rucksack. Fantastisch. Sieht fantastisch aus. Ja. Also ich bin, Christian hat gerade gesagt, gestern wir waren beim See und wir hatten auch einen Rucksack. Aber das ist nichts, wenn du siehst diesen, also jetzt, das ist unser Traum. Wir brauchen diesen Rucksack, weil ja, zum Beispiel am Baggersee, wir brauchen immer unsere Creme und Getränke und ja, einfach Sachen, weil alles bekommt so heiß. Also das ist ein must have dieser Sommer. Jetzt bin ich ja so ein alter Esel, ja. Aber ich muss sagen, ich glaube, dieser Rucksack gefällt auch den Jungen. Der ist richtig cool, oder? Ja, das ist echt cool. Ich muss sagen, ich finde es total cool. Ich bin die Persona, die auch hier noch eine Seite. Es ist im doppelten Sinne cool. Das ist super. Für Einkaufen, das geht auch. Und es ist absolut wasserdicht. Ja. Dieses Lkw-Planen-Material ist halt das Robustete, was es gibt und da kann man dann richtig toll seine Sachen transportieren. Super. Ein Lkw-Planen-Kühlrucksack, der abwaschbar und wasserabweisend ist, 16 Liter passen da rein. 16 Liter. Ja, da kannst du eine richtig große Party draußen machen mit. Die Bestellnummer dafür ist die NX 7672 569. Unser Preis-Alarmleit dürfen Sie einmal bestellen. NX 7672 569. Für Opel.de kostet er übrigens 20. Jetzt bei uns kostet er 10. Also gerade mal die Hälfte gespart. Was wir hier sparen mit unserer 10-Euro-Überraschung-Show. Allerdings nur die nächsten 2 Stunden gilt dieser Preis. Aber da würde ich auch sofort zuschlagen. Ich hätte gerade sagen wollen, bestellen Sie gleich 2 für den gleichen Preis. Aber nein, das ist unser Preis-Alarm. Da denken Sie bitte dran, maximal ein Stück pro Besteller. Aber wo bringt man so einen Rucksack für diesen Preis? Komm, wir machen weiter. Nächstes Produkt, es geht hier Schlag auf Schlag mit den tollen Produkten. Also muss ich sagen, auf der Rucksack, da bin ich jetzt sicher, der würde meinen Kindern, aber auch meinen Enkeln gefallen, weil der richtig cool aussah. Richtig schön. So, wo sind wir? Oh, wie sehr süß. Wir sind wieder draußen? Ja. Oder? Nein, jetzt sind wir drin. Das ist ganz wichtig, dass sowas darf man nur in Innenräumen oder in geschlossenen Räumen verwenden. Aber da ist es unglaublich effektiv. Es ist ein hochwirksamer UV-Insektenvernichter mit UV-A-Stabröhre und natürlich einem Hochspannungsgitter. Das ist jetzt was ganz Wichtiges. Dieses UV-Licht, das Sie hier in der Mitte sehen, das zieht Insekten an. Die fliegen auf das Licht hinzu und werden dann gebremst durch ein Hochspannungsgitter, welches übrigens für den Menschen ungefährlich ist, und werden dadurch sauber und hygienisch und gerucharm beseitigt. Unten ist ein Auffangschaden, ist auch ganz einfach zu reinigen wieder, weil glauben Sie mir, egal, auch wenn Sie Fliegengitter an den Fenstern haben, wie ich, es kommen immer wieder irgendwelche kleinen, nervigen Insekten in Ihre Wohnung. Ich habe ein ähnliches Gerät bei mir im Wohnzimmer stehen. Ich bin immer jeden Abend überrascht, wie viele von diesen kleinen Plagegeistern da unten im Auffangbecken liegen. Ja, ja, und ich kenne deine Wohnung. Du hast überall Fliegengitter und trotzdem kommt da so viel rein. Und das ist ja auch, Mücken sind ja auch Krankheitsüberträger. Deswegen ist es gut, sich von Mücken fernzuhalten, abgesehen davon, dass es natürlich wahnsinnig nervig ist, wenn irgendwo eine Mücke im Raum ist. Ihr Sirb-Geräusch macht und man nicht schlafen kann und die erstmal sucht. Und dann, wenn man sie erwischt hat, man Flecken an der Wand. Das ist eine sehr saubere und elegante Lösung, möchte ich mal sagen. Das sieht auch schick aus, würde ich mal sagen. Also nicht diese großen, viereckigen Kästen, die man sich überall hinhängen muss, sondern das ist mal was Elegantes. Du hast auch noch einen positiven Nebeneffekt. Das ist auch ein sehr, sehr dezentes Nachtlicht. Und jetzt ist ein elektrisches Gerät, da hat man immer Angst, oh, 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 was kostet das an Strom? Und zwar haben wir hier eine 4-Watt-UV-Röhre. Das ist der Verbrauch. Und hier hat schon jemand für uns gerechnet. Und zwar, wenn du den rund um die Uhr 24 Stunden laufen lässt, würde er knapp 3 Cent pro Tag an Strom verbrauchen. Also das können wir gerne vernachlässigen, wenn die Plagegeister dann weg sind. Das ist der Wahnsinn hier. Und die Bestellnummer ist die NC 8530 und die 569. Wie gesagt, für alle Innenräume, aber auch in Zelten, überall, wo geschlossen ist, Wintergärten, Schlafzimmer, Wohnzimmer, können Sie das hochwirksam einsetzen. Und ich glaube, es wird Ihnen manche schlaflose Nacht eben ersparen, weil eben keine Stechmücken mehr unterwegs sind. Ja, ganz, ganz wichtig, dass man sich eben fernhält von denen, die abgesehen davon, dass es unangenehm ist, weil man sich ständig kratzt, aber eben auch aus gesundheitlichen Gründen. Machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Es ist der Hohepunkt des Tages, unsere 10 Euro Beratungsshow. Wir sind schon halb durch, würde ich mal sagen. Also bleiben Sie dran und bestellen Sie, wenn Sie was sehen, was Ihnen gefällt. Oh, das ist gut. Oh, Ralf kann das auch, oder? Ja, also da brauche ich jetzt gar keinen Zettel, das benutze ich. Ich jetzt atypisch. Das ist ein Stabanzünder, eigentlich gedacht für Kerzen, die ein bisschen tiefer liegen. Er hat Kamin. So wie Sie das da sehen in dem Glas drin. Aber ich nehme die zum Beispiel für meinen offenen Kamin, weil das habe ich früher mit einem richtigen Feuerzeug, da brauchst du ja auch einen Anzünder, und ich habe mir so oft den Daumen verbrannt. Ja. Das passiert nicht mehr. Ich weiß auch, dass diese Stabanzünder hier in der Gastronomie sehr beliebt sind, weil dort noch viel Gasöfen sind. Aber jetzt haben wir hier ja ganz spezielle Stabanzünder, weil die sind nicht mit Gas oder mit Benzin, sondern die sind 100% elektrisch, und das finde ich so toll. Ja, kein Gas, kein Benzin, 100% elektrisch. Laden Sie an einem USB-Gerät auf, ganz einfach, und dann haben Sie 500 Mal diese Flamme. Und das ist dieser elektrische Blitz, möchte man fast sagen, der eben dann tatsächlich sogar eine Kerze anzünden kann. Wir haben hier eine Kerze mal mit Christen, und dann wollen wir Ihnen das auch gleich mal zeigen. Hier sehen wir mal diesen kleinen Blitz, der da eben diese Flamme erzeugt, womit man alles anzünden kann wie mit einem normalen Feuerzeug. Also technisch gesehen ist es ja Blitz, kann man sagen, Lichtbogen, ein elektrisch erzeugter Lichtbogen. Und da wird in der Mitte diese Hitze erzeugt, um eben Kerzen oder auch offene Kamine oder Gasöfen anzuzünden. Und jetzt muss ich eben nicht eine Kerze rausholen aus einer Vertiefung, oder auch, wenn es so ist wie hier, dass es ein bisschen tiefer ist, geht das ganz, ganz einfach, ohne sich die Finger zu verbrennen. Jeder, der mal mit einem Feuerzeug nach unten mit der Flamme was angezündet hat, weiß, dass die Flamme nach oben geht und dass man sich den Daumen verbrennt. Das passiert hier nicht. Er sieht toll aus. Also man muss ihn fast nie nachladen. Ich glaube, 200 Zündungen hat er mit einer. 500 sogar. Ja, ja. Ja, okay. Aber ganz egal. Sie brauchen ihn, wenn er dann mal leer ist, wirklich nur wie Ihr Handy an Mikro-USB hängen. Ladekabel ist dabei. Und dann hält es wieder die nächsten 200, 300, 500 Zündungen. Also ich bin Fan davon. Und egal, offener Kamin oder Kerzen oder Gasofen, das ist genau das Richtige. Ja, es sieht auch sehr elegant aus. Das ist ja oft bei Kerzen anzündern, dass sie mit diesen langen Streichhölzern verbrennt man sich sowieso immer die Finger. 100 Zündungen sind es übrigens pro Ladung. Ich habe mich da vertan. 100 Zündungen pro Ladung. Wir brauchen unser elektronischer Lichtbogen-Stabanzünder mit der Bestellnummer NX 9440569 NX 9440569 für unser Stabfeuerzeug. Toll. Wir haben wieder tolle, tolle Produkte aus allen Bereichen. Wahnsinn. Jetzt kommt das nächste Produkt schon. So, klein und blau. Also ich meine jetzt nicht Diana, sondern das Paket. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Wir haben, wir haben, nee, nee, für 10 Euro, nee. Das ist ein Handy, und zwar ein Dual-SIM-Handy mit Kamera, Farbdisplay, Bluetooth, vertragsfrei und Radio. Und ich glaube ein Handy... Kamera auch noch. Kamera ist auch noch mit drin. Also so ein Ersatz-Handy, das man weltweit nutzen kann. Das ist natürlich toll. Und sehen Sie, was die Mädels sehen, sobald sie ein Telefon in der Hand haben. Ja, telefonieren. Aber so etwas finde ich natürlich enorm. Auch vielleicht für Leute, die einfach ein Telefon suchen, mit dem man eben telefoniert, mit dem man nicht... Ja, es gibt heutzutage ein Handy, ein Smartphone ist ja ein Taschencomputer. Hat ja nicht mal mehr eine Tastatur. Ja, ja. The best thing about this one, the screen will not crack. Christen sagt, dass es auch sehr robust ist. You can drop it and it's safe for children. Man kann es fallen lassen und es ist sicher für Kinder. Also ob man es überall hinfallen lassen kann, weiß ich nicht. Aber es ist auf alle Fälle deutlich stabiler als ein Smartphone mit einem Glas-Display. Das hier ist einfach richtig, richtig toll. Das ist... Ja, also ich bin der gleichen Meinung wie du. Gefühlt ist das unzerstörbar. Aber wichtig ist auch, und das ist jetzt ein Appell von mir, für alle Leute, die auf der Baustelle arbeiten. Ja, ja, ja. Ich glaube, jeder von denen hat schon mal ein teures Smartphone dort vernichtet. Und wenn nur das ganze Display gerissen war. Und wenn man das als Zweithandy dann mit auf die Baustelle nimmt, ja. Also selbst wenn da mal der Bulldog drüber fährt oder der Bagger, ja, dann könnte es vielleicht kaputt gehen. Aber dann sind 10 Euro kaputt und nicht hunderte von Euro. Oder wenn man viel Auto unterwegs ist, einfach mal ein teures Smartphone in der Tasche lassen. Da einfach das Handy benutzen. Aber ich finde auch, gerade für die ältere Generation, die sich scheut, Smartphones zu benutzen, so ein Telefon ist einfach noch mit Wählscheibe, sage ich jetzt mal, mit der Tastatur. Das kann man eben benutzen. Und das hat keinen unnötigen Schnickschnack, wie viele Ältere ja zu Smartphones sagen. Und ein Handy für 10 Euro blind kaufen. Die Bestellnummer ist die PX2440 und die 569. Weltweit nutzbar, vertragsfrei nutzbar, sogar mit zwei SIM-Karten. Und also ich finde toll, dass es sowas gibt. Und auch noch mit Kamera. Es hat eine Kamera drin. Ist das nicht unglaublich? Auch mal Schnappschüsse machen. Übrigens, was auch drin ist, das weiß ich zufällig, für ein alter Klassiker. Snake. Kennst du das Spiel nicht? Oh ja, ich liebe das Spiel. Das ist hier auch noch mit drin und noch ein paar andere Spielchen, was man eigentlich nur von früher noch kennt. Aber wirklich Ersatzhandy, Zweithandy, Baustellenhandy für 10 Euro kann man blind kaufen. Ja, eben gerade so einfach die SIM-Karte umstecken. Das hätte neben statt seinem tollen Smartphone, kann man nichts falsch machen mit. Tolle, tolle Produkte. Also wir hatten Elektronik, wir hatten Feuerzeuge. Bitteschön. Danke schön. Jetzt etwas für die Küche. Was ist jetzt? Oh boy. Oh boy. What's on the boy? Oh boy. Oh boy, like Champagne-Gee. Das ist eine digitale Küchenwaage zum Wandmontag. Was, das ist eine Waage? Ja. Wow, sieht die cool aus. Die sieht aber echt cool aus. Die kenne ich jetzt. Ich habe die noch nie gesehen. Ich habe die auch noch nie gesehen. Also sie schraubt sie an die Wand, dann hängt sie so an der Wand und dann kannst du da die Sachen draufstellen. Weißt du, was ist cool? Immer was ich backe zum Beispiel weiß. Und dann diese große Platte steht und ich sehe gar nichts, wie viele Gramm das. Und hier, du siehst alles, weil das steht vertikal hier. Weil das Display oben ist. Das ist super. Oh my God. Und eine Uhr ist es auch noch, habe ich gerade gesehen. Genau. Da muss man das recht an der Wand festmachen, dann kann man es runterklappen, sobald man was abwiegen will. Also ich finde das klasse. Also das Design gefällt mir ausgesprochen gut. Und für Wagen, auch für Küchenwagen, kann man ganz viel Geld ausgeben. Und da ist noch ein anderes Gerät, was sehr wichtig ist für die Küche. Ein Timer ist auch noch drin. Und natürlich hat sie auch die Tara-Funktion. Das heißt, wenn man mit einer Schale schon draufstellt, dann kann man die wieder auf Null stellen und kann genau zuwiegen. Aufs Gramm genau. Oh my God. Oh my God, ich brauche das sehr, sehr. Oh, ich höre gerade, unser Rucksack, unser Preisalarm heute mit der LKW-Plane, der ist unglaublich nachgefragt. Unter anderem hat Lydia zugegriffen, alles richtig gemacht. Macht egal, ob für sie selber oder als geschenkt. Das ist einfach ein cooles Ding, dieser Rucksack. Aber cool. Also jetzt haben wir einen Timer. Wir haben eine Waage. Könnte man natürlich auch im Büro als Briefwage nehmen. Aber was ich schön finde, das hängst du an die Wand, klappst es runter. Das heißt, das nimmt ja keinen Platz weg. Nimmt überhaupt keinen Platz weg, weil du es ja auch wieder hochklappen kannst, wenn du fertig bist. Und musst es auch nicht im Schrank sind. Wunderbar. Christen sagt gerade, wenn man sich seinen Ernährungsplan zusammenstellt, kann man das da natürlich auch prima mit abwiegen. Ja, das ist alles da. Richtig, du mein Ernährungsplan, 500 Gramm T-Bone Steak. Ja, kann ich gucken. Darf ein bisschen mehr sein. Dürfen 700 Gramm sein. Ja, dürfen es auch sein. No, you said food plan. Du hast nicht Diät gesagt, du hast Ernährungsplan. No, for a food plan, yes. When you do your food plan and you go on a diet, then this is great for, you know, weight in your macros. Sonst wäre es eher der Food. Ja, streich doch mal die Diät, fragen Diana mal. Diana, wann backst du mal wieder Kuchen? Ich habe bald meinen Geburtstag. Ja. Und dann? Ich habe zwei Tage vor dir Geburtstag. Wie wäre es denn, wenn du nächste Woche zum Üben mal zwei, drei Kuchen machst? Ja, so ins blaue Mal. Und dann brauchst du die Waage. Okay, also das ist mein Geschenk, oder? Und dann zu deinem Geburtstag. Das ist schon mein Geschenk, oder? Ja, gut, das ist kein Problem. Okay, danke schön. Das hätten wir dann so leckere Kuchen gegeben. Genau für P4. Diana backt ganz, ganz ausgezeichnet. Das wissen wir alle im Studio. Und wir sind ihr sehr dankbar dafür. Hier ist unsere digitale Küchenwaage zur Wandmontage. Klappbar-Timer mit über drei Kilogramm Tragkraft übrigens. Das ist auch sehr viel für eine Küchenwaage. Und die hat die Bestellnummer PE 4209 569. Können Sie auch gerne mehrfach bestellen. Das ist meine neue. PE 4209 569. Die Damen sind ganz verliebt. Ich habe die noch gar nicht an. Das ist echt Glas. Das ist echt Glas. Das ist echt Glas. Das ist super. Wir haben heute wieder einmal gehabt. Der Insektenverlichter, ganz, ganz wichtig. Die Mücken werden sie fressen. Oh mein Gott. Ersatz-Handy haben wir jetzt eine Küchenwaage. Sie haben auch ihr Lieblingsprodukt gefunden. Das können Sie schon wieder. Die 10 Euro-Uberraschung. Die Schuhe. Das bleiben Sie bei uns. Es geht spannend weiter. Und wir diskutieren jetzt weiter über den Küchen. Danke für das Geschenk. Tschüss. Physik. Okay.